Wie hier lang? Ja, haben sie gesagt! Junge Spiderman! Es ist immer noch da! Du hast dich drauf gesehen, oder? Ey! Polizei! Stehen wir! Alter, ich hab so eine... Ich hab keine Angst vor Polizei, ich hab nur Angst vor Gott und diesen... ...komischen, gruseligen Dinger in diesem Wald. Also los, lass uns losgehen! Hallo! Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Von dem Slimy-Kanal. Wie wir meistens immer machen, gehen wir durch die Wälder und erkunden guselige Gestalten. Vielleicht haben wir dieses Mal auch wieder Erfolg. Bis dann! Ja, das wär's dann ganz raus! Was denn der Wander? Heute mit... Ausrüstung wieder dabei. Camouflagejacke. Damit man uns nicht so gut sieht, aber bringt eh nichts. Taschenlampe, Handy. Er hat auch noch so ein Handy dabei. Er wird auch noch filmen. Ohne rasierter Bart auch mit dabei. Definierter Bart! Und ja, wir haben jetzt... ...die Taschenlampe auch dabei, aber man sieht eh nix gefühlt. Das Ding ist... Mag ich das einfach nicht vergessen zu sagen. Es könnte sein, dass mein Handy nicht richtig aufnehmen wegen Speicherplatzproblemen. Ich will hoffen. Du willst mich echt fragen? Akku? Ich darf nicht. Ich kann nicht. Wie? Akkuzuniz. Ich hab nur noch 13%, ich hab vergessen zu bleiben. Aber komm. Okay. Du willst jetzt wohin? Nach McDonalds. Wir gehen heute den Waldweg zu McDonalds. Und danach essen wir schön McDonalds. Ja stimmt. Das war eine Challenge von mir, dass ich mir einverlassen habe. Mag ich doch nicht zu McDonalds. Ich verfressen eigentlich. Verfressen? Wer hat hier gerade eine Tüte mit Gebäck dabei? Weil ich gerade Abendessen hatte. Mhm. Ja. Also. Weil ich mir gesagt habe. Komm. Du willst unbedingt zu McDonalds. Dann nehmen wir die Abkürzung. Und die Abkürzung ist durch diesen Wald. Wenn Max es schafft und nicht zurückrennt wie ein Peigling. Dann kann ich ihn sogar auch zu McDonalds. Aber das muss ich auch sein lassen. Also nur mal so. Die Challenge hat er sich überlegt. Wenn er wollte nach McDonalds. Weil ich Geld dabei hat er nicht. Weil er kein Geld hat. Wahrscheinlich. Das war eine Omi. Wie süß. Das war doch keine Omi. Das war eine Omi. Der war eben nicht da. Der kommt genau von uns zu. Alter. Was kann ich dafür? Wenn du ein Training hast du fütter. Alter. Der ist ein Zuschauer. Also. Oh er ist abgebogen. Erstmal doch weg McDonalds. Boah. 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 Weil ich meine Festtage und Familie, da hatten wir jetzt nicht Zeit, in dem rosigen Wald zu verschwinden. Oh, Max, ich liebe es, wenn du mich rettest, wenn ich grad was nicht weiß, Bruder. Ruhig dich doch mal. Bruder! Das ist ein Tier, ja. Ja, aber wie? Dicker, ich dachte, da konnte jetzt... Ganz wichtig, wenn ihr... Oh Gott, Alter, meine Kamera ist kacke. Wenn ihr die Zeit habt, zufälligerweise einen Kommentar zu schreiben, dann macht das auch gerne. Ich werde mir den einzelnen Kommentar durchlesen und hoffe sehr auf Verbesserungsmöglichkeiten. Und vergesst bitte auch nicht, den Like da zu lassen. Das würde uns sehr helfen, dann würden wir auch in krassere Wälder gehen und... Wow! Dicker, was wollen die alle von mir, ey? Was wir euch sagen wollen, schöne Weihnachten, schöne Feiertage. Wir wünschen euch sehr viele Geschenke, leckeres Essen, eine schöne Zeit mit der Familie. Werden wir auch hoffentlich haben... Ja, auf der Baumwollmplantage. Natürlich auch ein frohes neues Jahr. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Aber jetzt geht's erstmal in den Wald. Es ist immer noch da. Das Papiertüten-Ding ist. Ja, guck mal, ob wir es runterkriegen. Ich will das noch nicht probieren. Bis ich das geschafft habe, ich hole Leiter jetzt. Weißt du, wie weit das weg ist? Pst! Nein, nein, hier sind Hunde. Hier gehen wir auch irgendwann mal rein. Aber das wird... WURMS! Aber das wird zu speziell und das muss ich auf sehr heftig klären gehen. Ne, da leuchtet ja auf einmal mehr oder was? Weißt was ich eh nicht verstehe? Ne, 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 der funkelt jetzt ein bisschen. Weißt was ich mich die ganze Frage, ich versteh das nicht. Der Tannenbaum, der leuchtet. Ja. Was leuchtet, zeugt Strom. Also was braucht Strom. Welches Haus ist dann für diesen Strom von diesem Tannen-Dingens da notwendig? Also zuständig. Welcher Baum ist, welches Haus ist dafür zuständig, dass da gerade was ist? Da muss da ein richtig langes Kabel sein, was da irgendwie zum nächsten Haus wird oder so. Ist halt so. Schwarz. In der Haus überlege ich mittlerweile auch, ob ich zukünftig neben den Waldvideos, die draußen sind, vielleicht auch Let's Plays aufnehme für weitere Spiele, weil ich da auch gedacht habe, was für eine Aussicht habe. Sobald mein verdammter scheiß PC bei mir ankommt. Das ist locker noch ein Jahr dauert. Wie hier lang? Ja, hab ich doch gesagt. Wir gehen aber nicht durchs Feld. Was ist denn Feld? Das Feld. Mit dem Mann. Mit den Zigaretten, Mann. Da gehen wir nicht lang, wir gehen ja nicht richtig so. Aber wir gehen jetzt durch den Wald da. Ja. Bruder, warum? Zurück im Gruselwald. Sonst kriegst keiner mit Donalds, Bruder. Digga. Man muss nicht sagen, mit Donalds heutzutage verdienen. Du verdienst ja den Arschstritt von mir. Was ist denn das da hinten? Warum ist denn das Sonntag und nicht noch vor oder was? Mach, sag jetzt. Willst du wirklich da lang gehen? Ich will da nicht lang. So, dann gehen wir den anderen Weg. Das ist gut. Bruder, das ist... Wenn, dann nur zu... äh mit... Nicht mit Mirko. Mirko ist ein kleiner Arsch und so in der Situation. Was für Fick war das? Der hat irgendwas geplatscht und da ist kein Wasser. Wenn, dann brauchen wir eine dritte Person. Leute? Wer in NRW wohnt? Da war was... Junge Spider-Man! Was sieht schon aus? Die sagt immer... Hey, was macht ihr da? Baby, spiel dich. Ballast 2.0. Das machst du. Ich mach guten Content. Ich schneid nicht die Scheiße für dich. Seht aus, würde ich mir schminken. Jetzt Bild von mir einfügen, wo ich geschminkt aussehe. Mit mir... Untertitelung von der KC Aufrufe Da geht's schnell. Ich bin ein Teil von euch, vielen Dank, ich hoffe ihr macht das so weiter. Kuss geht raus an euch alle, auf NoHomo. Ja sowieso. Wir haben euch sehr lieb, danke an alle die neu dazugekommen sind. Bruder, warte mal, wir haben die nicht mehr. Ja ey, das ist deine Community, die sollst du schon mit Respekt wandeln. Mach ich auch. Ich mein, die machen das möglich, weil... Ich weiß. Ich weiß. Woh! 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 Du hast es aufgesinnt, oder? Ja. Mein Knie. Also, was sie sagen wollen, danke an uns alle. Mach bitte weiter so. Das ist echt krass. Ach übrigens, wenn ich mich im Video über meine Knie beschwere, ist das dran, weil heute jemand ein Schmiese mit den Knien weggeklätscht hat. Mit der Peitsche. Allallah, allallah, allallah. Ab zum McDonalds. Wir laden euch natürlich herzlich ein, mit uns zu genießen. Schnappt euer Popcorn, euer Brot, das auch immer. Und wir warten jetzt, bis ihr wieder da seid. Langem, hau eine Timelapse. Wieder da? Cool. Wir haben jetzt bestellt. Was Kleines nur zum Mitnehmen, weil der Typ umholt, der muss nach Hause. Ah, wir können abholen. Da geht er hin. Oh, jetzt gibt's lecker aus Schmack und Fox. Jetzt gibt's lecker. Lecker Essen. Und da ist unser Essen drin. Ne, das kannst du nicht halten so, ne? Dann sagst du, lass uns mal hier drin. Lass mal mit. Hamburger. Okay, los geht. Hopp. Nur ein Hamburger und nähert was. Ja. Ja. So Leute, das war vom Video. Liked und abonniert bitte nicht vergessen. Und schaut auch gerne mal bei dem YouTube-Kanal von Spupa vorbei. Also dann, bis zum nächsten Video. Ciao. Sure. Sama. Ciao".